Herzlich Willkommen bei der Herbert Hardy AG aus Thalheim. Unser Betrieb wurde vor mehr als 30 Jahren als Familienunternehmen gegründet und vor einem Jahr mit einem Neubau erweitert. Wir verarbeiten mit fast 30 Angestellten in den Abteilungen Schreinerei, Zimmerei und Bodenbeläge hochwertige Materialien. In unserer Schreinerei werden vor allem Küchen-, Badezimmermöbel, Schränke-, Haus- und Zimmertüren nach individuellen Kundenwünschen produziert. Die Beratung unserer Kundschaft liegt uns sehr am Herzen. Mit Hilfe modernster Computertechnik können wir Ihre neue Traumküche fotorealistisch darstellen. Unsere Zimmerei erstellt Häuser im Elementbau nach allen gängigen Standards. Komplettsanierungen von Dächern sowie wärmetechnische Aufwertung Ihrer Gebäudehülle sind dabei unsere Kernaufgaben. Für einen individuellen Innenausbau sind wir durch unsere breite Angebotspalette Ihr idealer Ansprechpartner, um Ihre Ideen umzusetzen. Unsere Bodenleger verarbeiten Parkettböden aus edlen Hölzern, Laminate und Korkböden sowie Linol, Textil und Hartbeläge. Sanierung von bestehenden Parkettböden sind ein wichtiger Bestandteil unserer täglichen Arbeit. Diese können sowohl geölt als auch versiedelt werden. In der grossen Ausstellung unserer Partnerlieferanten erleben Sie die Bodenkultur aus nächster Nähe und können sich persönlich von der Qualität der Produkte überzeugen. Kontaktieren Sie uns oder kommen Sie vorbei. Wir freuen uns, Sie bei uns zu begrüßen.